Die erste Messewoche ist um. In der zweiten Woche erwarten wir den Besuch unserer Auszubildenden. Ein Highlight dabei ist die Azubi-Rallye. Wer die Fragen rund um die IAA-Nutzfahrzeuge 2016 am schnellsten und dazu noch richtig beantwortet, gewinnt einen Preis. Lisa Terlack, auszubildende Industriekauffrau, bereitet heute die Rallye vor. Dazu besucht sie die verschiedenen Hallen und überlegt sich passende Fragen. Musik 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 Wir sind gespannt, welche Fragen Lisa sich überlegt hat und wer gewinnt. Musik 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 Musik